Stan und ich waren zusammen für 23 Jahre und wir sind noch Freunde. Ich denke, das ist ein Rekord. Es war eine Freundschaft, die im Schmelztiegel des Showbusiness geschmiedet wurde, eine Partnerschaft, die über die reine Komödie hinausging und zu einer tiefen Verbindung zwischen Gleichgesinnten wurde. Als jedoch mit Hardys Tod der unvermeidliche Moment des Abschieds kam, sprach Laurels Abwesenheit bei seiner Beerdigung Bände. In diesem Video begeben wir uns auf eine Reise durch die glanzvolle Karriere von Laurel und Hardy und erkunden, wie sie Millionen von Menschen zum Lachen brachten und welch tiefe Verbundenheit sie über Triumphe und Schwierigkeiten hinweg begleitete. Wir tauchen ein in die Nuancen ihrer Beziehung und legen die Schichten von gegenseitigem Respekt, Bewunderung und Zuneigung frei, die ihre Partnerschaft ausmachten. Doch vor dem Hintergrund ihres gemeinsamen Vermächtnisses werden wir mit Laurels Entscheidung konfrontiert, nicht an Hardys Beerdigung teilzunehmen, eine Entscheidung, die von Geheimnissen umhüllt ist und Anlass zu Spekulationen gibt. War es eine Geste tiefer Trauer, die für Laurel zu schmerzhaft war, um sie zu ertragen? Oder war sie ein Beweis für die Komplexität ihrer Beziehung, deren Gefühle zu tief waren, um sie in Worte zu fassen? Während wir die Fäden ihrer Geschichte entwirren, setzen wir uns mit den tiefgreifenden Emotionen auseinander, die ihre legendäre Partnerschaft unterstrichen haben, und werden schließlich mit Laurels ergreifender Entscheidung und dem bleibenden Vermächtnis des Lachens und der Freundschaft, das sie hinterlassen haben, fertig. Frühes Leben Um das Geheimnis zu lüften, warum einer von ihnen die Beerdigung des anderen verpasst, müssen wir zu den Wurzeln ihres Lebens zurückreisen, angefangen bei Stan Laurel. Stan wurde 1890 in England in eine Theaterfamilie hineingeboren und wuchs tief in der Welt des Theaters auf. Seine Mutter stand als Schauspielerin auf der Bühne, während sein Vater das Theater leitete, sodass der junge Stan seine prägenden Jahre in der Obhut seiner Großeltern verbrachte. Obwohl er gut versorgt war, hatte Stan in seinen frühen Jahren mit einem Gefühl der Einsamkeit zu kämpfen, da seine Eltern oft auf Theatertourneen unterwegs waren. Den Spuren seiner Eltern folgend, wagte sich Stan in die Welt des Theaters und gab sein Schauspieldebüt im zarten Alter von 16 Jahren. Das Theater wurde zu seinem Zufluchtsort und bot ihm sowohl Trost als auch eine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch schon früh in seiner Karriere wurde er von einer Tragödie heimgesucht, als seine geliebte Mutter nur zwei Jahre nach Beginn seiner schauspielerischen Laufbahn zu früh verstarb. Auf der Suche nach Trost und neuen Möglichkeiten begab sich Stan 1912 mit seiner Theatertruppe auf eine Tournee durch die Vereinigten Staaten. Stan verliebte sich in die pulsierende Energie Amerikas und beschloss es zu seiner Heimat zu machen, in dem er sich einer anderen Theatergruppe unter der Leitung des berühmten Engländers Fred Carno anschloss. Hier begegnete Stan dem legendären Charlie Chaplin, diente ihm als Zweitbesetzung und nahm unschätzbare Lektionen in Sachen komödiantisches Timing und Performance auf. Unter Carnos Mentorschaft verfeinerte Stan sein Handwerk, aber die Reise der komödiantischen Meisterschaft war noch lange nicht zu Ende. Nach seinem Wechsel nach Hollywood trat Stan in zahlreichen Filmen auf, verfeinerte sein Können und schuf sich eine Nische in der Unterhaltungsindustrie, bevor er sich schließlich mit Oliver Hardy zusammentat und das kultige Duo bildete. Nun zu Hardys Herkunft. Oliver Hardy stammte aus Georgia, USA und wurde nur zwei Jahre nach Stan geboren. Im Gegensatz zu Stans theatralischer Erziehung waren Hardys frühe Jahre eher durch seine Leidenschaft für Musik und Schauspielerei als für die akademische Welt geprägt. Sein angeborenes Talent für Gesang und Schauspiel fiel seiner Mutter auf, die sein Potenzial erkannte und ihm eine erstklassige Ausbildung ermöglichte. Hardy wagte sich in die geschäftige Welt des Kinos und tauchte in alle Facetten des Filmgeschäfts ein, vom Platzanweiser bis zum Manager ganzer Kinos. Trotz seiner tiefen Liebe zur Unterhaltungsindustrie war Hardys frühes Leben von Traurigkeit geprägt. Ursprünglich hieß er Norvell Hardy. Aber es gab ein trauriges Kapitel in seinem Leben, das ihn nicht losließ. Er verlor seinen Vater Oliver, bevor er sich überhaupt an ihn erinnern konnte. So beschloss er als Teenager, seinen verstorbenen Vater zu ehren, indem er seinen Namen annahm und Oliver Norvell Hardy wurde. Dies war jedoch nicht die einzige Tragödie, die er erleben sollte. Im Alter von 17 Jahren verlor er seinen älteren Bruder BE einem Badeunfall in einem nahegelegenen Fluss. Es war eine schreckliche Szene, als Hardy seinen Bruder aus dem Wasser zog und verzweifelt versuchte, ihn aufzuwecken. Aber er konnte ihn schließlich nicht mehr wiederbeleben. Obwohl er sehr gelitten hat, haben ihn diese Vorfälle nicht davon abgehalten, Großes zu leisten. Spulen wir vor zu der Zeit, als er 21 wurde. Inzwischen hatte Hardy seine Koffer gepackt und war auf dem Weg nach Florida, wo er sich mit einem Tagesjob bei einer Filmproduktionsfirma und als Theatersänger durchschlug. Der große Durchbruch gelang ihm mit 22 Jahren, als er seine erste Filmrolle erhielt, die den Grundstein für eine Reihe von weiteren Auftritten legte, bei denen er oft als ruchloser Bösewicht oder gelegentlich als komödiantische Abwechslung eingesetzt wurde. Es sollte noch eine Weile dauern, bis Hardy mit seinem späteren besten Freund Laurel gemeinsame Sache machte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hardy bereits über 200 Stummfilm-Kurzfilme aus seiner Anfangszeit auf dem Buckel. Wie lernten sich die beiden schließlich kennen? Und wenn sie sich wirklich so nahe standen, warum ging Stan dann nicht zu Hardys Beerdigung? Werfen wir einen Blick auf ihr Treffen, das von einem Mann namens Hal Roach ermöglicht wurde. Hal Roach und das Duo. Hal Eugene Roach, der nur vier Tage vor Babe Hardy geboren wurde, stammte aus Elmira, New York, bevor er sich im schillernden Kalifornien einen Namen machte. Nachdem er zunächst nur als Statist an der Seite von Harold Lloyd gearbeitet hatte, stieg Roach schnell zum Produzenten auf. Mit einer Reihe von Komödianten unter seinen Fittichen gehörte 1918 auch der berühmte Toto zu Roaches Dienstplan, ein komödiantisches Schwergewicht, das später die Leinwand gegen die skurrile Welt des Zirkuszeltes eintauschte. Zu diesem Zeitpunkt kreuzten sich die Wege von Roach und Stan dank der Hilfe von Auf Goulding, Roaches Co-Regisseur mit Lloyd. Goulding, der Stan Laurels Auftritt in den Pantages gesehen hatte, war überzeugt, dass Stan das fehlende Teil in ihrem filmischen Puzzle war. Obwohl Roach mit Stans Arbeit nicht vertraut war, verschwendete er keine Zeit und lud den Komiker zu einem Vorsprechen ein. Für Stan bedeutete der Auftritt, dass er sich von der zermürbenden Plackerei der nächtlichen Auftritte verabschieden musste, weg vom Stall Tourismus und dem Leben im Hotel, was ein wichtiger Faktor für seine Entscheidung war, für Roach zu arbeiten. Mit einer Mischung aus Aufregung und Angst meldete sich Laurel in aller Herrgottsfrühe im Studio, bereit in Roaches noch nicht benannten Film die Rolle eines trotteligen Kellners zu spielen. Fasziniert von seiner Leistung in 5.1 Reelers, erkannte Roach Stan Laurels komödiantisches Genie, zu dem auch Stans Improvisationstalent und seine unheimliche Fähigkeit gehörten, alltägliche Situationen in komödiantisches Gold zu verwandeln. Doch nicht jede Zusammenarbeit war wie geschaffen für eine Komödie, wie in einem Film von Larry Seaman mit dem Titel Scars and Stripes, in dem eine chaotische Verfolgungsjagd auf dem Programm stand. Es sollte jedoch eine normale Szene sein, an der beide Schauspieler beteiligt waren. Simone, der sich in seinem Star-Status sonnte, nahm die Zügel in die Hand und schrieb das Drehbuch um, sodass Stan an einen Baum gefesselt blieb, während er bei der Verfolgungsjagd das Rampenlicht stahl. Es genügt zu sagen, dass Stan sich von jeglicher zukünftigen Zusammenarbeit mit Simone verabschiedete, und so erwog er zu seinen Vaudewill-Wurzeln zurückzukehren, was für ihn unvermeidlich schien. Durch einen glücklichen Zufall fand er sich kurz vor dem Vorhang in Lucky Dog wieder, einem bemerkenswerten Zwei-Roller, der von dem legendären Bronco Billy Anderson produziert wurde. Stan wusste nicht, dass das Schicksal am Set eine Überraschung für ihn bereithielt, Oliver Norvell Hardy, besser bekannt als Babe, sein zukünftiger Komödienpartner. Obwohl die beiden Legenden endlich zusammen waren, waren sie zu diesem Zeitpunkt nur zwei Komiker, die für einen Auftritt dankbar waren und nicht ahnten, was für ein legendäres Duo sie werden würden. Sie fragen sich bestimmt, was Hardy die ganze Zeit übergemacht hat. Während Stan auf den Pantages-Bühnen für Furore sorgte, eroberte sich Babe Hardy seine Nische als vielseitiger Schauspieler, der sowohl die Rolle des Schwergewichtigen als auch die des Komikers beherrschte. Roach erkannte Babes Potenzial und bot ihm die Chance, in einem Zwei-Roller an der Seite von Teta Bara, der ehemaligen Hauptdarstellerin der Fox Studios, zu glänzen. Mit unterschriebenen Verträgen und verschlungenen Schicksalen schlugen Stan und Babe getrennte, aber parallele Wege ein, ohne zu ahnen, dass ihre Schicksale auf höchst vergnügliche Weise zusammenstoßen würden. Spulen wir nun in das Jahr 1919 vor, als Stan Laurel, frisch aus dem Wudeville, nach Kalifornien zurückkehrt. Dort erfährt er von Bronco Billy Anderson, dass sein Zwei-Roller Lucky Dog beim Publikum gut ankam und in den Kinos der Stadt gelobt wurde. Anderson lässt nicht lange auf sich warten und nimmt Stan für eine Reihe von Komödien unter Vertrag, die das Publikum zum Lachen bringen sollen. Unter den Parodien stach Mood and Sand hervor, eine komödiantische Umsetzung von Rudolf Valentinos Blood and Sand, mit Stan als unvergesslichem Rhabarber Vassilino, dem ewigen Romantiker. Ein weiteres Juwel war Rob M. Goode, später umbenannt in When Nights Were Cold, eine Parodie auf Robin Hood, die das Publikum zum Lachen brachte. Leider enttäuschte Anderson mit seinem Versprechen einer Entschädigung, sodass Stan sich wieder vom Varieté verabschiedete. Seine komödiantischen Fähigkeiten fielen jedoch Hal Roach auf, der keine Zeit verschwendete, um Stan eine einmalige Chance zu bieten. Im Jahr 1920 unterschrieb Stan einen Vertrag für ein Dutzend Ein- und Zwei-Rollfilme, eine Mischung aus Parodien und Eigenkreationen unter Roaches Flagge. Nachdem er seinen Vertrag mit Roach erfüllt hatte, fand sich Stan erneut im Rampenlicht wieder, diesmal in Joe Rocks Produktion der Stan Laurel Komödien. Diese Komödien umfassten viele Werke, von Dr. Pickle und Mr. Pride, einer spielerischen Variante von Dr. Jekyll und Mr. Hyde bis hin zu Monsieur Don't Care, einer Parodie auf Rudolf Valentinos Monsieur Boquer, Stans komödiantisches Genie kannte keine Grenzen. Doch inmitten des Lachens und des Beifalls stand Stan vor einer persönlichen Hürde. Seine Beziehung zu seiner Frau May Charlotte Dahlberg wurde zu einer Quelle der Reibung. Ihre Romanze war bereits in Pennsylvania aufgeblüht, wo Stan sich Hals über Kopf in eine der Hayden-Schwestern, May, verliebt hatte. Die beiden schlossen sich zu einem Musikduo zusammen und begannen ein Leben als Ehepaar. Leider wurde die Beziehung der beiden mit Stans aufsteigender Karriere immer mehr belastet und warf einen Schatten auf seinen komödiantischen Weg. Zurück in die Gegenwart. May Charlotte Dahlberg war dem Produzenten Joe Rock ein Dorn im Auge, weil sie darauf bestand, in seinen Filmen Stans Hauptdarstellerin zu spielen. Dies widersprach Rocks Vorlieben, da ihre Größe nicht zu der Rolle passte und als die Spannungen zunahmen, geriet die Beziehung von Stan und May in eine schwierige Phase, in der die widersprüchlichen Bestrebungen die Nähte ihrer Beziehung aufrissen. Während May sich nach einer Rückkehr zum Wodewill sehnte, blieb Stans Herz fest in Hollywood verwurzelt und diese Belastung begann sich in Stans Verhalten bei der Arbeit zu zeigen. Eine mürrische Stimmung ersetzte sein einst fröhliches Gemüt. Schließlich kam es zum Bruch und 1925 ermöglichte Joe Rock May die Rückreise nach Australien und beendete damit ihre Romanze. Stan war endlich von den Fesseln der Verpflichtungen befreit und fand in der gelösten Verbindung Ruhe. Trotz dieses Verlustes ging es mit Stans beruflicher Karriere weiter bergauf, da die Stan-Laurel-Komödien so erfolgreich waren, dass Hal Roach Stan wieder in seine Filmarbeit einlud. Einige Jahre später, im Jahr 1926, fand sich Stan als Mitglied der Roach-Comedy-All-Stars neben dem unvergleichlichen Oliver Hardy in einer geschätzten Gesellschaft wieder. Unter der Leitung von Roach wagte sich Stan in den Bereich des Schreibens und der Regie und stellte dabei seine vielfältigen Talente unter Beweis. Aber er spielte auch die Rolle des Ersatz-Schauspielers für keinen geringeren als Oliver Hardy. Eines Tages wurde Stan plötzlich und aus heiterem Himmel aufgefordert, in die Rolle eines schüchternen Butlers in dem Film Get Am Young zu schlüpfen, nachdem Babe Hardy einen unerwarteten Unfall hatte. Hardy hatte sich beim Kochen eines Lamms verbrannt, sodass Stan für ihn einspringen musste. Widerwillig nahm Stan die Rolle an und markierte damit das Wiedersehen des legendären Duos am Set einer Hal Roach-Production. Obwohl die Wiedervereinigung zu Beginn von Something Great ein glückliches Ereignis war, geriet Stans Privatleben erneut in Aufruhr. Zu dieser Zeit heiratete Stan am 23. August 1926 die amerikanische Schauspielerin Lois Nielsen und nur ein Jahr später, am 10. Dezember 1927 bekamen sie eine Tochter namens Lois. Sie waren glücklich, bis die Traurigkeit zuschlug, als ihr Sohn Stanley Robert am 7. Mai 1930 als Frühgeburt und kränklich geboren wurde. Mit einer geringen Überlebenschance starb Stanley leider nur neun Tage später, was Stan und Lois für lange Zeit das Herz brach. Doch zurück zu ihren Karrieren. Nach Get Am Young spielten Stan und Hardy die Hauptrolle in Slipping Wives, einer lustigen Geschichte über einen Künstler, seine schöne Frau, einen von Stan gespielten Pappliebhaber und einen von Hardy gespielten komischen Butler. Sie ahnten nicht, dass dies der Beginn einer lebenslangen Partnerschaft im Bereich der Komödie sein würde, die ihnen, natürlich mit der Hilfe von Hale Roach, unvergleichlichen Ruhm einbrachte. Sie kamen zusammen. Hale Roach erkannte das Potenzial der beiden und gab ihnen daher größere Rollen in seinen Filmen, während er die Rollen anderer Personen reduzierte. Er beauftragte Leo McCary, seinen Regisseur, mit Putting Pants on Philip, dem ersten Film mit Laurel und Hardy, in dem die beiden perfekt in die Hauptrollen passten. Ende 1927 brachte Roach dann Laurel und Hardy-Komödien heraus. Zunächst Let George Do It und dann The Battle of the Century. Während beide Filme an den Kinokassen gut liefen und die Kinobetreiber glücklich machten, war The Battle of the Century besonders erfolgreich, weil er ein komödiantisches Meisterwerk war und einen Showdown mit Kuchen wie kein anderer bohrt. Richtig. In diesem Film gab es eine Tortenschlacht, wie man sie in der Geschichte noch nie gesehen hatte. Die Idee, Kuchen in den Film einzubauen, löste bei einem Brainstorming zunächst Gelächter aus. Stan erkannte jedoch das Potenzial und schlug vor, den Film zur ultimativen Tortenextravaganz zu machen, indem er sich eine Szene vorstellte, die bis zur Absurdität mit Torten überfüllt war. Es handelte sich um echte Torten, mehr als vier. Null Stück, die von der Los Angeles Pie Company bezogen wurden und sie hatten jede nur erdenkliche Geschmacksrichtung besorgt. Von Banane bis Blaubeere, von Kirsche bis Kokosnuss. Die Kuchen flogen nur so dahin und sorgten für ein Kuchenspektakel, wie man es noch nie gesehen hatte. Die Torten waren zwar großartig, aber ohne das Duo Laurel und Hardy, das zu dieser Zeit noch auf der Suche nach dem richtigen Groove war, wäre das alles nicht möglich gewesen. Ihre ikonischen Charaktere sind nicht über Nacht entstanden. Sie entwickelten sich im Laufe der Zeit durch natürliche Darbietungen und Improvisation, indem sie sie mit Spontaneität zum Leben erweckten und ihre Rollen oft im Laufe der Szenen ausbauten, was zweifellos zur Entstehung einiger ihrer denkwürdigsten und beliebtesten komödiantischen Momente führte. Die Art und Weise, wie dieses Duo funktionierte, bestand darin, dass Hardy sich als Nebendarsteller von Stan verstand und mit seinen Reaktionen und seiner Körperlichkeit den komödiantischen Effekt verstärkte, was dazu führte, dass die dynamische Chemie zwischen den beiden in jeder Szene offensichtlich war, da sie sich gegenseitig auf die Schippe nahmen. Nicht nur die Aktionen waren gut durchdacht, sondern auch ihre Kleidung, insbesondere die Derbyhüte. Seit ihren Anfängen in der Komödie hatten sich Laurel und Hardy das komödiantische Potenzial von Derbyhüten zu eigen gemacht. Stan war der Meinung, dass Derbyhüte ein Synonym für Komödie seien, eine Ansicht, die viele Komiker ihrer Zeit teilten, darunter Charlie Chaplin. Die Tradition, Derbyhüte zu tragen, trug zu ihrer komödiantischen Persönlichkeit bei Ei, denn Laurel und Hardy hatten ein Händchen dafür, sich in die skurrilsten Kostüme zu werfen, nur um einen Lacher zu bekommen. Trotz all dieser verrückten Verkleidungen blieben sie immer ihrem typischen Stil treu, den Stehkragen und die kultigen Derbys. Damit wollten sie zugeben, dass sie trotz ihres albernen Aussehens einen gewissen Charme haben und Stan, der hinter vielen ihrer Auftritte stand, hatte die Theorie, dass es nichts Lustigeres gibt, als jemanden, der versucht, ernst und kultiviert zu sein, während er völlig ahnungslos ist. Um diese Ahnungslosigkeit zu unterstreichen, behielt er sein superleichtes Make-up bei und ließ sogar seine Augen kleiner wirken, um den leeren Blick zu unterstreichen, während Hardy sich für diese ausgefallene Frisur entschied, um noch würdevoller zu wirken. Schauen Sie sich nur diesen perfekten Pony an. Das war aber noch nicht das Ende ihrer Haarexperimente, denn Stan hatte 1927 die verrückte Idee, sich für einen Film einen Bürstenhaarschnitt zu rasieren. Als seine Haare jedoch wieder wie verrückt wuchsen, wollten sie einfach nicht unten bleiben und jeder fand das urkomisch, auch Stan selbst. Er konnte sein Haar nicht in Ordnung bringen, also machte er es zu einem Teil seines Auftritts, indem er sein Haar auf diese alberne Weise zerzauste, was alle zum Lachen brachte. Abgesehen von den Haarstreichen gibt es einen interessanten Ursprung für Hardys Figur, Olli Hardy, die auf einer Zeichentrickfigur namens Hilfreicher Henry basiert, über die er als Kind gelesen hatte. Henry war ein großer, pingeliger Kerl, der immer versuchte zu helfen, aber am Ende alles kaputt machte. Das klingt sehr ähnlich wie Hardys Figur, nicht wahr? Obwohl das Duo immer herumalbern und es mit seinen Manierismen übertrieb, hatten sie diese echte Unschuld an sich, die die Leute einfach liebten. Es war, als ob sie nicht wüssten, wie die Welt funktioniert. Und das machte sie so liebenswert, so dass Laurel und Hardy zu beliebten Stars wurden, die von Menschen auf der ganzen Welt verehrt wurden. Schauen wir uns nun an, was der Höhepunkt ihrer Karriere für sie bereithielt. Der Höhepunkt ihrer Karriere. Das dynamische Duo Laurel und Hardy vereinte offiziell seine Talente, um zeitlose, komödiantische Magie zu schaffen. Laurel, der schlanke und wehmütige Mime, war das kreative Genie hinter ihren urkomischen Possen, während Hardy, der Meister der schrillen Doppeldeutigkeit und der Inbegriff des trockenen Humors, einen einzigartigen Charme in ihre Auftritte brachte. Gemeinsam produzierten sie in den späten 1920er Jahren eine Fülle von Stummfilm-Kurzfilmen, darunter Klassiker wie Duck Soup. Ihr nahtloser Übergang zum Tonfilm um 1929 markierte einen wichtigen Meilenstein in ihrer Karriere. Und Mitte der 1930er Jahre wagte sich das Duo erfolgreich an abendfüllende Tonfilme. Was Laurel und Hardy wirklich auszeichnete, war ihre bemerkenswerte Fähigkeit, den Übergang vom Stumm zum Tonfilm zu meistern. Sie wurden als eine der wenigen Stummfilm-Comedienstars gefeiert, die in der Tonfilm-Ära brillierten. Ihre unvergessliche Szene, in der sie in The Music Box ein Klavier eine Treppe hinauf manövrieren, brachte ihnen 1932 einen Oscar ein und festigte ihren Platz in der Geschichte des Kinos. Vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise erreichten Laurel und Hardy den Höhepunkt ihres Erfolges, indem sie dem Publikum in Zeiten der Not das dringend benötigte Lachen bescherten. Ihr komödiantisches Repertoire zeigte oft die Missgeschicke zweier gewöhnlicher Männer, die mit den Herausforderungen des Lebens zu kämpfen hatten, und fand großen Anklang beim Publikum, das Trost in ihren nachvollziehbaren Kämpfen fand, die sie in komödiantisches Gold verwandelten. Was Laurel und Hardy beim Publikum wirklich beliebt machte, waren ihre Sympathie und ihre menschliche Anziehungskraft. Anstatt sich ausschließlich auf Slapstick-Jumor zu verlassen, stellten sie liebenswerte Karikaturen alltäglicher Menschen dar, die sich in einer auf den Kopf gestellten Welt zurechtfinden mussten, wobei sie sich durch ihre unschuldige Unbeholfenheit und liebenswerte Ahnungslosigkeit von der Masse abhoben. Im Laufe der Zeit und mit zunehmendem Alter hatten Laurel und Hardy jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die sie daran hinderten, ihr komödiantisches Können aufrecht zu erhalten. Trotz ihres unvergleichlichen Talents und ihres bleibenden Vermächtnisses fand ihre glanzvolle Karriere als Filmkomiker schließlich ein bittersüßes Ende, das uns daran erinnert, dass sich auch Legenden von der Bühne des Lachens verabschieden müssen, Niedergang. Um 1940 ging es mit Laurel und Hardy bergab, denn Kurzfilme kamen aus der Mode und es gab Gerüchte über eine große Fede zwischen ihnen. Es handelte sich jedoch nur um Gerüchte, denn sie hatten lediglich getrennte Verträge mit Hal Roach, die keine Zusammenarbeit vorsahen. Stans Vertrag endete 1939 und danach versuchte Hardy, einen Film namens Zenobia mit dem Komiker Harry Langdon zu drehen, sozusagen als Ersatz für Stan. Leider war der Film auch ohne Stan nicht sehr erfolgreich, denn Laurel und Hardy waren wie zwei Erbsen in einer Schote und man konnte den einen nicht ohne den anderen haben. Glücklicherweise mussten die beiden nicht allzu lange ohne einander auskommen, denn Hardys Vertrag mit Roach endete 1940 und gab beiden die Möglichkeit, neue Horizonte zu erkunden. So beschlossen sie, sich selbstständig zu machen und gründeten die Laurel & Hardy Feature Productions, wo sie sogar mit dem Gedanken spielten, ihre Show live aufzuführen und eine Wiederaufnahme von Victor Herbert's The Red Mill in Betracht zogen. Parallel zu diesen Überlegungen führten sie eine große Show namens The Laurel & Hardy Review auf, mit der sie durch den gesamten Mittleren Westen, die Karibik und sogar Städte wie Chicago und Detroit tourten. The Review war ein Erfolg, der ihre Pläne für The Red Mill in den Schatten stellte, aber dieser Erfolg fand ein jähes Ende, als Hardy sich eine böse Kehlkopfentzündung einfing, die ihre Tournee in Boston ausbremste. Danach schlossen sie 1941 Verträge mit Metro-Goldwyn-Mayer und 20-Century-Fox ab. Aber hier wurde es knifflig. Beide Studios wollten Laurel und Hardy neu erfinden, in dem sie ihnen all ihre vertrauten Macken und ihre liebenswerte Albernheit nahmen, was dazu führte, dass sie nur noch ein Schatten ihrer Selbst waren, und das gefiel den Fans nicht. Das war der Anfang vom Ende ihrer Filmkarriere, denn wenn die Kreativität unterdrückt wird, kommt es unweigerlich zu Problemen, und das war der Fall. Es genügt zu sagen, dass das Duo, insbesondere Stan, in jenen Tagen unglücklich war, sodass sie wussten, was zu tun war, und keine andere Wahl hatten, als auszusteigen. Doch bevor sie sich ganz verabschieden konnten, während der Dreharbeiten zu dem Film Utopia im Jahr 1250, verschlechterte sich Hardys Gesundheitszustand auf Grund seines Gewichts, während Stan's Diabetes auf Grund von Colitis-Problemen immer schlimmer wurde. Dennoch hielten sie an ihren Tourneen fest und stellten sich diesen zermürbenden Zeiten, auch wenn sie ihren Körper und ihre Psyche strapazierten. Die beiden besten Freunde gerieten immer mehr aneinander, aber das lag weniger daran, dass sie sich nicht mehr mochten, sondern eher daran, dass sie auf dem Zahnfleisch gingen. In ihren späteren Jahren waren sie beide am Ende ihrer Kräfte, und selbst inmitten all dessen verloren Laurel und Hardy nie ihr Talent für selbstironischen Humor. Sie waren fest entschlossen, die Show fortzusetzen, hatten aber kein Material mehr, und dennoch machten sie weiter, angetrieben von der Liebe ihrer Fans. Es stellte sich heraus, dass sie auf ihren England-Tourneen in den späten 40er und frühen 50er Jahren nicht nur für sich selbst oder das Geld spielten. Sie kamen zu einer Zeit, als die Nachkriegsknappheit die Menschen hart traf, und so diente das Lachen, das sie verbreiteten, demselben Zweck wie während der großen Depression, ein wenig Erleichterung in schweren Zeiten. Trotz ihrer Popularität verdienten sie mit ihrer Bekanntheit nicht viel Geld, denn sie besaßen nicht die Rechte an ihren Filmen, sodass sie keine Einnahmen aus Wiederholungen hatten. Obwohl es ihnen nichts ausmachte, nicht an Wiederholungen im Fernsehen zu verdienen, waren sie nicht damit einverstanden, dass ihre Namen in Werbespots auftauchten, für die sie nie unterschrieben hatten, Tentabé, auf Bonavax oder Deodorants. Nach diesem ganzen Werbevorfall trat Hellroach Jr. mit einer großartigen Idee an das Duo heran, um ihre alten glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen. Sie erklärten sich bereit, vierstündige Fernsehfilme zu drehen, B.I., denen sie die volle kreative Kontrolle hatten, doch kurz bevor sie mit den Dreharbeiten beginnen konnten, erlitz Stan einen Schlaganfall. Krankheit. Im Juni 1955 erlitz Stan einen Schlaganfall, der seine linke Seite lähmte. Etwa zur gleichen Zeit wurde Hardy von einem Gallenblasenanfall heimgesucht, der seine bestehenden Herzprobleme noch verstärkte. Auf ärztlichen Rat hin nahm Hardy rapide ab und wog innerhalb weniger Wochen nur noch fast die Hälfte seines Körpergewichts von 300 Pfund. Diese drastische Veränderung gefährdete jedoch nicht nur seine Gesundheit, sondern veränderte auch die Dynamik, die ihre komödiantische Partnerschaft ausmachte. Der starke physische Kontrast zwischen dem robusten Hardy und dem schlanken Laurel, der sie beim Publikum so beliebt gemacht hatte, verschwand. Diese Veränderung wurde während eines Paparazzi- Fotoshootings im Sommer 56 schmerzlich deutlich und markierte einen schmerzhaften Abschied von ihrem früheren Selbst. Freunde und Bekannte waren von Hardys verändertem Aussehen verblüfft, was seinen Kummer noch vergrößerte. Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und suchte Trost nur in der Gesellschaft von Vertrauten wie Stan, Stans Frau Ida und seiner eigenen Frau Lucille. Am 14. September ereignete sich erneut eine Tragödie, als Hardy durch einen schweren Schlaganfall gelähmt wurde und nicht mehr sprechen konnte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide, so dass er nicht mehr in der Lage war, Informationen aus dem Fernsehen oder aus Zeitungen aufzunehmen. Trotz der sorgfältigen Pflege durch Frau Hardy und ein engagiertes Team von Krankenschwestern schwand die Hoffnung auf Besserung. Schließlich verstarb Oliver Norwell Hardy am 7. August 1957 im Alter von 65 Jahren und hinterließ im Leben aller, die ihn kannten, eine große Lücke. Stan war erschüttert über den Verlust seines lieben Freundes, den er wie einen Bruder betrachtete. Ihre Bindung war tief, ihre Verbindung nahtlos. Der Tod von Hardy stürzte Stan in tiefe seelische Qualen und führte zu einem Zusammenbruch. Die Tiefe von Stans Trauer und das Ausmaß seiner Verbundenheit mit Hardy unterstrichen die tiefe Wirkung ihrer Freundschaft. Doch trotz seiner großen Trauer bleibt Stans Abwesenheit bei Hardys Beerdigung ein ergreifendes Rätsel. Warum hat Stan nicht an Hardys Beerdigung teilgenommen? Stans Abwesenheit bei Hardys Beerdigung ließ viele ratlos zurück, wenn man bedenkt, wie unzertrennlich die beiden miteinander verbunden waren. Die Beziehung der beiden war geprägt von einer unerschütterlichen Kameradschaft, ohne dass es zu Konflikten über Drehzeiten oder Finanzen kam. Eine Seltenheit in der Unterhaltungsbranche. In ihren Filmen gab Hardy komischerweise Stan die Schuld an ihren Schwierigkeiten, aber abseits der Leinwand ging ihre Freundschaft über solche Nebensächlichkeiten hinaus. Warum also hat Stan die Beerdigung seines besten Freundes verpasst? Die Wahrheit lag in den Tiefen ihrer tiefen Freundschaft. Stan war so sehr mit Hardy verbunden, dass ihn die Nachricht von seinem Tod krank machte. Er konnte es nicht ertragen, sich in diesem letzten feierlichen Moment von seinem lieben Freund zu verabschieden. Obwohl er wusste, dass Hardy es verstehen würde, war Stans Trauer zu überwältigend, um an der Beerdigung teilzunehmen. Obwohl er sich mit Fans unterhielt, lehnte er Angebote für Solo-Auftritte oder Filmrollen ab und blieb der Partnerschaft treu. Mit Hardys Abwesenheit stand Stan vor der entmutigenden Aussicht, seine verbleibenden Jahre allein zu bewältigen. Doch selbst in der Einsamkeit blieb sein unbeugsamer Geist bestehen. Im Jahr 1961 verlieh die Academy of Motion Picture Arts and Sciences Stan Laurel einen wohlverdienten Oscar. Da er krankheitsbedingt nicht an der Zeremonie teilnehmen konnte, vertraute Stan seinem guten Freund, der komikerlegende Danny Kay, an, den Preis in seinem Namen entgegenzunehmen. Stan freute sich zwar sehr über die Auszeichnung, spürte aber auch die Abwesenheit von Hardy während dieses bedeutenden Ereignisses sehr. Nichtsdestotrotz fand er weiterhin Trost darin, humorvolle Gags zu erfinden, ein Mechanismus, um die Trauer über den Verlust seines geliebten Freundes zu bewältigen. Obwohl er mit Diabetes und Augenleiden kämpfte, blieb Stan bei relativ stabiler Gesundheit. Doch am 23. Februar 1965, im Alter von 74 Jahren, versagte sein Herz. Selbst in seinen letzten Momenten blieb Stans unbändiger Humor ungebrochen. Vor seinem Tod witzelte er, dass er jeden, der bei seiner Beerdigung Tränen vergießen würde, mit Humor verleugnen würde. Erinnern wir uns zum Abschied an Stan Laurel, ein komödiantisches Genie, dessen lachhaftes Vermächtnis weiterlebt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.